Hallo liebe Soldaten und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Vor-Orner hier mit unserem vollen Team, PZ ist auch vom Ikea wieder zurückgekehrt und hat da seine Ausrüstung aufgebotet Er ist vom Ikea zurückgekehrt, Alter Der wirft aus dem Ikea-Land Auferstanden von den Köttboula oder was? Hast du wenigstens noch ein paar Wikik aus Schweden mitgebracht? Ja, ist echt, Alter So, sind wir bereit? Ja Oh Gott, das ist das für eine Karte Wikik-Land, Alter Die haben aber noch nicht im Dunkeln gespielt, oder? Ne, die haben wir noch nicht im Dunkeln gespielt Ne, haben wir die überhaupt schon gespielt? Ja, ja, einmal, ja, ja Da haben wir doch richtig, das war doch voll knapp Hey, du Bastardos, Alter Boah Okay, Mann What the fuck, was war das denn, man? Hab mich halt wirklich verkackt, Mann Okay, bei A ist erstmal ein Typ, der hat den einfach rein genommen Okay, Mann Ey, gegen den haben wir schon mal gespielt, lol Ich verlieb mich, glaub mal wieder, ne? Verliebst du mich wieder? Ne Ich respawn, bin tot hier Hint er dir ein paar Dreck hinterher? Oh, nein, nein, nein Auf jeden Fall, schön, dass ihr eingestellt habt, liebe Freunde Hier auf meinem Kanal Auf dem Kanal von Curry Auf dem Kanal von Bronze Und natürlich von PayZ Und viel Spaß mit der neuen Folge von Orna Wir müssen dazu sagen, ähm Wir haben ja mal ein bisschen so geguckt Der Curry Nein Und der Benz spielt, glaub ich, mit Controller jetzt, ne? Na klar Ich bin Controller, ja Ich kann das irgendwie nicht Das ist einfach mal ein bisschen zu träge Boah, das ist bei jedem anders, ne? Ja, ihr müsst da aufpassen, ne? Die schubsen einen da runter Das ist blöd Ja, das ist echt gefährlich, Mann Okay, C hab ich geholt Und wir haben jetzt A und C A hab ich, genau Okay, Alter, B Oh, fuck Alter, Bs Sind drei Leute, Mann Weiß Ich komm mal auf B Warte War grad tot Komm hier, Bronze Ihr müsst unbedingt auch die KI abschlachten, ne? Einer geht Nice Jetzt down Sehr gut Hier ist wieder einer, pass auf, bei B Ist wieder einer Ja, weil ich hab grad keine Ausdauer Oh ja Aua Aua, hau mich doch nicht, Allah Wer war das? Willst du das gewinnen? Ich scheiß auf den Nein, ich scheiß nicht auf den, Allah Du dreckst da auf Hä? Wie geht der mit dem, Alter Der geht mir so Warte, ich schneide dir den Weg ab, Mann Ja, ja, genau, geh du von der anderen Seite Ja, Mann Ja, Mann Geil, Alter Nice C gehalten, hier Da kommt noch einer Nice Lass sie halten Wo? Achta Hier, hier, hier Da spielst du geiler dabei Vorsichtig, vorsichtig Hä, das ist meiner Egal Aua Wir müssen mal eben heilen, die auf A oder so Bäm, Alter Nice Nice Da kommt wieder einer, kommt wieder einer Lass uns zurückgehen, lass uns zurückgehen Ja, musst du dich in den Teilen, Mann Lass uns runtergehen Weil dann können die uns nicht runterschmeißen Ne, da kommt doch nicht Da kommt doch nicht Niveau, Alter Scheiße, Mann Okay, wie sieht's aus bei B? Da ist einer Komm, komm, komm 2 Ich bin grad vorne Geht auch da, Bronzo Ich komme Ey, niemand schläft Ey, Bronzoos Nein Nein, ich liege hier bei B Schälfte sofort Nice Ja, das war ein bisschen böse, ne Bisschen, Bronzo KS down Entschuldigung, Patrick Super Ich danke dir Ah, nein Hab ihn Hä, was machst du denn? Scheiße Ich hab' aus Reflexe einfach gedrückt Ach Ich komm' gar nicht zu dem, weil so viele Soldaten dazwischen sind Weil, hier war viel los, ne Aua Nix da, mein Freund Drauf nach Köln Bam, Alter Nice, Dennis Diese Soldaten schlägen in den Tod rein für sich selber und für sein Team Oh, Aua Nice Wir haben auch die KI KI Da kommt wieder einer Okay, pass auf, pass auf Pass auf, Dennis Pass auf, alle drauf da Zwei Stück kommen, die können wir auch beide holen Ah, nein Mich hat's erwischt Ah, nein Ihr müsst mich wieder beleben, wenn ihr könnt What the fuck Kann mich immer wieder beleben, wenn ihr kann Nee, gerade nicht Wir greifen uns leider Okay, 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 okay Alter, das kann doch nicht sein Mann Ich spawn' an, ich komm' Vier Stück hier gerade Ich hol' mir A, ich hol' mir A Ich hol' mir A Hoff ich Ja, ich geh' auch noch A, warte Heil mich A Warum heilt das mich? Oh fuck, echt nicht Also jetzt Aber wir sind aber... Okay, wir sind gut im... Wir müssen weiter pushen Wir müssen einfach hier vor Oder kommen die nicht durch? Ich bin vor B Ja, das ist halt Hinter der feinlichen Linie passt Guck mal, die sind alle da unten Curry Drei bei B Curry Einer kommt noch A Einer kommt noch A Oh fuck, oh fuck, oh fuck Bring den hoch Curry, komm' hoch, komm' hoch Nee, das sind drei Stück, Mann Achso, okay Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh fuck, oh fuck Ich geh' mal an die Leiter hoch, ich komm' der mir ja nach Ich glaub' der kommt mir nicht hinterher, oder? Nee Nee, scheiß, Mann Okay, ich komm runter, warte, warte, warte Okay, drei bei B, Alter, ich brauch' Hilfe Ich komm' ich komm' ich komm' ich komm' Boah Nein, geht's, Junge Nein Bam, Alter Nice, sehr gut Sehr gut, Leute Sehr gut, sehr gut Nice, Mann Okay, vor Post Komm, komm, komm Ich muss den B schon holen Okay, Alter Mega, nice Boah Hast du das gesehen? Die gerade weggeschliftet worden, Alter Ey, wenn du mit rechter Maus, dass da auf so ein Meere drauf gehst, wie die wegfliegen, ne? Nice, Leute Okay, wir hol'n B wieder? Guck mal, er hier Guck mal, er hat ein bisschen Ausdauer West Da kommt einer Pass auf Wikinger, Wikinger Oh, guck mal, der geht wieder zurück Warte, wir machen gerade hier einen Bogen Lass mal von links kommen, Patrick Hey, moment, kurz heilen Ja, okay Der kommt, der kommt Okay, der kommt Hier, warte, geht Lauf, 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 lauf Ich mach meinen Weg ab Ah, mich hat's erwischt Mann, ich muss mal blocken, ey Das ist super wichtig Wenn ihr könnt, belebt nicht wieder Nice, Leute Was ist hier los, Alter? Ja, sehr geil, wir sind vorne Ja, sehr geil, wir sind vorne Wir sind vorne Schatz, ich mach mich wieder zu benehmen Ich guck mal B Komm, ich versuch's Ich versuch's Wir sind zwei Leute Alles gut, Ben, alles gut Komm, hol'n wir uns den Typen Den dann spawnen ich einfach, komm Wer hat sie mal hier rechts von hinten angreifen Ich versuch mal A zu holen, ja? Ja, gut, dann haut doch ab, du kleiner Feigling, ey Hol'n dir Ja, genau Ich bin bei A Ah, die haben mehr Punkte grad als wir Aber ich hab' jetzt A geholt A gehört uns Wir holen wieder gut auf Der geht zu C, der geht zu C Okay, ich geh, ich geh Ja, 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 ja Ach, dass man den nicht runter springen kann manchmal Hier trägt noch einer, Patrick Ja, 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 ich seh' ihn Den hol'n ich mir jetzt Das find' ich dumm, ne? Dass man manchmal nicht runter springen kann Fuck Ja, ja, ich komm Wo bist du bei? Alter, von allen Seiten Okay, hab' ihn Leute, ich brauche Hilfe, Hilfe Hilfe, Hilfe Okay, hier ist grad echt heftig, Leute Ich komm' ich komm' ich komm' ich komm' ich komm' Ich hab' zwei Ich flog mich nur noch hier durch irgendwie Ich bin unterwegs, Leute Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Boah Hier Oh, ich muss hier weg Ach so, das ist sowas wie ne Falle, ne? Ich hab' den genervt Warte Leute, ich mach' mal eben Rauch hier Dann könnt ihr eben abhauen, falls ihr irgendwas packt Ja, geil Sehr, sehr, sehr geil Ah, nein! Oh, dieses Blocken-System muss ich echt noch lernen Wir haben 1000 Punkte, Jungs Bam, Leute Okay, Leute Vorsicht, Vorsicht Nicht zu offensiv jetzt Nicht zu offensiv Nicht zu offensiv Holt euch die Sau, Mann Pass auf, nicht, dass du uns in Pampa klauen Super Okay, ich komm' auch zur Verstärkung Sehr gut Okay, die haben C geholt Oh, ich muss weg, ich muss weg Zurück, zurück von uns, zurück, zurück Ich fang' grad nicht Ähm, C, genau Ich bin da, ich bin da Ich bin da, ich bin da Komm' ich komm' ich komm' ich komm' Nein, 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 ich runterfalle Dennis, ich bring' dir jemanden mit Okay Dennis, hier Okay, der kommt Ja, ja Ich hab' C Okay Ach, der Samurai Der hat mich von auge getötet Nice, Leute Okay, zwei noch Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen Wir kommen auf B, auf B Wo sind die? Boah, Alter Was mach' ich hier? Was ist da hier los? Ach oben Ja, ja Boah, ich hab' so viel Platz gemacht, Alter Richtig geil, Alter Was war das für eine Zerstörung, Alter Boah, ich hab' da grad noch den Feueratm ausgepackt, Alter Jetzt hätten wir das Spiel schon Jo, Alter, der ist ja richtig nice, der Feueratm-Bonsa Nice Junge Geile Runde Geile Runde, Leute Jetzt rücken wir im Viking Da sind die Schildern diesmal mit ihren Schildern vorausgewaschiert, Alter Ja, klar So, endlich mal wieder Siege verbuchen hier Wobei wir das letzte Match in der XXL Folge ja auch gewonnen haben Wir gewinnen ab jetzt immer Ja, Patrick Solange Patrick vom Ikea bei uns bleibt, ey Ist alles Hammer Ja, ich hab' beim Ikea geübt Na glaub' ich ja sogar, Alter Der hat den Köttbullar verprügelt, ey Abweg ist raus Schade, mach's gut, ey Ich bin raus Aber Nee, abfick Ja, was? Abfick Man muss doch sagen, es ist echt Es macht immer noch Spaß das Spiel Also wir haben jetzt drei, vier Tage lang gespielt Mega Und man hat immer noch so Bock auf Ach, kommt noch eine Runde Ach, kommt noch eine Runde Das ist echt ein cooles Prinzip Ach, kommt noch eine Runde, Leute Aber ich sagen muss, ich würde mir ein gutes Matchmaking System wünschen Ja, klar Ja, oder? Gutes Matchmaking System? Auf jeden Fall Ja, so mit Rank und so Ja, das kommt bestimmt noch Das kommt auf jeden Fall, das wäre ja dumm Am Schluss kämpfst du halt gegen den Diamond Ist nur noch einer da und zwar Dalu Card Du musst echt ein Matchmaking System haben hier Sonst ist irgendwann mal richtig unfair Ja, auf jeden Fall Ich habe jetzt eben schon gegen welche gekämpft Die hatten Level 17 oder so Ja, ja Boah Das geht ganz fix Warum hat der Tank das weg, so ein komisches Icon an seinem Namen? Oh nee Party, du bist der Einzelne, der ihn nicht bestätigt hat, ne? Was geht hier jetzt los? Ja, wir kriegen aber jetzt einen Bot dazu, ne? Ne, wir nicht Wir sind Full Team Die haben einen Bot Ja, die Okay, der Bot, der ist echt schwer, ne? Die Partie meine ich insgesamt, ja Da müssen wir jetzt aufpassen, Leute Also, falls jemand gegen einen Bot kämpft, am besten immer jemandem Bescheid sagen Dann können wir zu zweit drauf, weil das ist glaube ich, alleine ist das echt schwer Ja Hat ja gesagt, der Doron Der Bot, der hat die Rüstung an, weiß Da kommst du nicht durch Es ist so geil, wie man die individualisieren kann, die Charaktere, ne? Ja, 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 mit den Emblemen und sowas Die haben wir vorhin an den Helm noch so ein Ding gepackt Ja, sieht geil aus, was egal, da hast du mit Spray draufgesprayt, ne? So ein Stiermuster dann Sieht richtig gefährlich aus, ey Ja, auf jeden Fall, guck dir mal mein Schwert an, ey Ein standhaftes Banner, regeneriert die Gesundheit von Verbündeten Ernähr Das habt ihr auch schon gemacht, oder? Ja, ich hab das mit viel, glaube ich Ja, das ist cool, ey So, Jungs Geh los Aber das Level dauert es bei euch auch immer so lange? Ne, ne, also heute ging es, es ging Also Dennis nimmt ja immer relativ schnell Level ein, weil der halt immer die Zonen einnimmt Also Zonen einnehmen ist schon wichtig und halt Gegner versieren, ne? Ah, okay Also mehr Zonen einnehmen als... Und wenn ihr, wenn ihr abblockt oder getrefft werdet von dem, von den Gegnerischen, dann kriegt ihr Rache Also unten links ab dem Balken, wenn das voll ist, dann könnt ihr halt Rache machen, das ist voll geil, ey Aber wenn du Mobs killst, dann wirst du auch im Level aufsteigen, Patrick Ja, genau, genau, das ist so ein bisschen Farming mäßig Ein bisschen Farming mäßig schießt das Ja Wünschlos Taifun stoße nicht mehr machen, Alter Echt jetzt? Yeah, Bronzer, möchte ich gern machen So Den, die haben wir grad schon gespielt, ne? Ja, nur der Bot ist jetzt neu Okay Komm, Leute Oh, ne, diese Map, okay Ah, das kriegen wir doch hin Kriegen wir eh, Jungs Aber das ist eine gute Umlaufmap, pass auf, der Bot geht sowieso auf A Ich geh auf A und hole uns direkt den Punkt, ja Okay, machen wir die Tore zu, ne? Ja, ja, genau Ich geh auf B Ich hol A und C Kommt Jungs, kommt Jungs Oh, ach so, okay, der Bot ist wieder weg Die haben da jemanden in der Sitzung jetzt Okay, nice, ja, das ist gut Der Tor ist zu Und A geht uns Vor uns, Leute Vor uns, Patrick, vor uns, ich vor uns So, die Tore ist jetzt zu, man das Aua Spinnst du, oder was? Nice Du, Drecksack, du Ich kriegst dich meine Männer nicht Boah, direkt mal wieder zwei umgebaut Das ist ja schon mal gut Ne, ich war das nicht, aber ja, geil Doch, du hast mir grad geholfen Ah, siehst du, das ist ja cool Pass down So, ich geh mal C holen Oh, ich muss weg Punkte sind grad gleich auf Was bringt die mal kurz? Lass mich mal kurz durch, danke Und C gehört Bäm, Alter, nice So, noch B zu holen, versuchen noch B zu holen Dann haben wir nämlich alle Punkte Ja, wir sind grad unterwegs Boah Warte, was ist bei mir? Warte, was ist bei mir? Warte, was ist bei mir? Ja, aber ihr könnt doch nicht Ich hab gar nichts mehr Ich hab nichts mehr Wikingern kommen nach B Wikingern kommen nach B Wikingern kommen nach B Zwei kommen nach B Zwei Wikingern oder was das ist Ja, ich bin halt alleine Komm, ich bin da Ich bin da Ich bin auch bei B Curry Boah, Alter, leck mich am Arsch Hab einen Ich helfe der Curry Ich muss mich jetzt verteilen Ich muss mal kurz das Pflästerchen da drauf kleben Dauert ab Bin dann wieder unterwegs Ich komm, ich komm Ich komm Puschen, Puschen, Puschen Aua Lauf, 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 lauf Okay, ich sollte mal wieder ein bisschen Ausdauer gewinnen Oh, lauf, Alter Lauf, Alter Ah, scheiße Ich wollte immer ausweichen im Drecksack Samurai kommt zu euch Zurück, zurück, zurück Samurai geht auf Punkt B Da hat mir den Arsch gestochen Okay Ist das nicht so, dass du es nicht mag, Bronzl? Ich fand's geil Ah, Alter Oh, nice Und auch nicht Bei B sind zwei, ne? Nein Oh, scheiße, ey Letzteres gefunden Oh, fuck, ich bin auch tot, Leute Ich hol euch sofort, warte Ich hol dir einen Wikinger Ich lenk den ab, ich hol die, warte Nice, 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 nice Patrick auch Der Wikinger haut ab, Bronzl Aua Ja, fuck Aua, ich kann nix mehr machen Boah, der hat mir grad einen Gomm gegeben, aber ich sie gar nix mehr Ja, bei mir auch Ja, bei mir auch Oh, ich muss mal kurz Rückzug machen Ich will mich wie besoffen Hol in die, Bronzl Ich komm wieder, ich komm wieder, ich komm wieder Ich komm wieder Komm, Bronzl, auf die Sau, rauf Komm, Bronzl Nice Schade, weil ich fast immer die Exekution Ja, du musst immer anvisiert lassen Wir haben A verloren Oh, mich hat die KI getötet, kann mich immer wieder überleben Lol Das ist ja peinlich Du hast gehört, du musst immer anvisieren lassen Was denn? Immer anvisieren lassen Ja, ich muss das auch mal machen, ich mach das nie Oh, fuck Ich wollte grad wieder bitten Nein, es hat mich ja auch die KI getötet Ich geh A holen Hilf, Nix, muss auch kurz auf A Bam, Leute, nice, nice Sehr gut Regroup und dann auf B wieder Okay, B brauchen wir, ne, ist wichtig Ich hol mich um C Unten ist einer, den greifen wir an, hier, guck mal Okay, Alter Bei B sind drei Ja, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen Boah Alter, warum immer Tricksack Doppelter Tinkel, nice Tag, Mann Wir haben alle, ne Nice, Leute Supergeil, supergeil Sehr geil Okay, ich hol grad C Komm, wir müssen jetzt hier durchpushen Da müsst ihr echt mal pushen hier gerade Was ist das für ein Buff? C mit uns Nice, Leute Jetzt noch Nice, Mann, komm B haben wir auch Sehr geil, sehr geil Okay, der kommt nach B Okay, ja, ja Vickinger Vorsicht, da kommt einer Du drückt, stark Du willst sterben Du drückt, stark Du willst sterben Nice, Leute Der ist der nächste Der ist der nächste Kommt her, ja Boah, der tut mir schon ein bisschen leid Boah, Bam, Alter Nice Du kannst sie tun Ey, das ist nur mit dem Tor Ah, okay Ich brauch Hilfe bei B A, 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 warte, 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 warte Warte, warte, warte Ich muss mich grad eben heilen Drei Stück bei B, ne Boah Ach, scheiße, ey Wir müssen zurück, wir müssen zurück Komm, 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 komm Wir brauchen noch nicht vier Leute bei A Kommt, Jungs Ja, wir müssen uns heilen Oh Gott, das sind vier Stück Lass mal zurückgehen Lass die kommen, lass die kommen, lass die kommen Lass die kommen Ich versuche mich an Vorbeizuschmuggeln und Zeh zu holen Ich hab's geschafft Boah Okay, die haben mich nie auf dem Schirm, Mann Ich hol' Zeh Sack, Alter Oh shit Alter, warum? Ich muss schnell zurück Ich muss schnell zurück Ich muss schnell zurück Wir sind ganz weit vorne Sehr gut, Leute Alter Der eine braucht noch einschlagen, Leute Zurecht Wo ist er denn? Unten bei A Unten bei A? Naja, unten bei A liegt einer, der ist tot Wer wäre jetzt denn bei A? Ach so, dessen kann ich Ich bin, ich bin damals Patrick Ja Gerade sehr, sehr viel zu tun Ja Ja, du musst aber nur Angaben machen, Patrick Nicht zu Konzentriert sein, hier Hau da Hau da Hau da Ich sag Ey, ist tot Ab geht's, man Oh komm Was ist hier los, ey Ab geht's, Mann Schmetzelparty Aua Oh Guck mal, wie die abhauen Mäzeln 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 Oh, da kommen Vikings Nach B Aua Schell Ich bin geblendet bm alle leute ich hätte es nur für mich ich weiß gar nicht ich will sie wieder wenn wir die punkte halten drei bis zum sieg wer mal da kommt zwei kommt weiter ist ich bin tot ja die haben mich halt weggeprescht alter zurück ich muss zurück ich muss mich auch a oje endlich spannend ich hole uns erwarte er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt ja ich komme hochkrieg ich hab mich gehalten hinter dir ok 33 dauerner einer ist noch da hat er so auf halber nice man das ging doch richtig gut zweimal gegen die gewordenen ladies and gentlemen einfach 954 erfahrung mega gute runde leute das ist ein team an das ist ein team hat es so und wir sehen uns dann wieder in der nächsten folge von vor die woche gibt es dann morgen immer um 18 uhr bei bolster bei curry bei pc und natürlich meiner willigkeit danke fürs zusehen und bis zur nächsten episode